Okay Leute, ich habe hier noch ein bisschen am Haus weitergebaut. Wie ihr seht. So. Hier Küchenbereich und so. Und hier Kamin. Na, komm. Achso, nein, der ist ja schon zum... Der muss ich jetzt nur noch befüllen. So. Ja. So. Ich habe hier auch noch ein paar Kupfer-Doppeldinger gemacht. Wie das geht, habt ihr ja schon gesehen. Den letzten muss ich noch machen. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass ich hier gerade keinen Ambus zustande kriege. Darauf so... gut, dass es darauf nicht geht, ist normal. Und seltsamerweise geht es auf den Dingern hier auch nicht. Da sollte es gehen. Oder... ne, ich glaube, es hängt, glaube ich, vielleicht auch vom Steintyp ab. Das kann sein. Ich glaube... nur die... nur die... naja. Aber... Aber... also... hm... diese Steinambus-Zeug halt... ...Meterlaufstein bearbeiten. Mit Kupfer geht das gerade noch so. Und das anderem dann nicht mehr. Es wird dunkel, ne? Ne, blöd. Vor allem, wenn ich hier drinnen jetzt noch keinen Ambus zustande kriege, ist das richtig blöd. Weil ich denn das Kupfer hier nicht bearbeiten kann. Seid, ich renne raus. Das würde ich lieber nicht tun. Ich tue es einfach mal. So. Alles klar. Und ich gehe auch ganz schnell wieder zurück, weil hier ist es jetzt wiederum nicht sicher. Weil ich da ein paar Jack-o-Lanterns entfernt habe. Ich scheine mittlerweile aber auch eine ganz gute Spawn-Protection zu haben, wie es aussieht. Jetzt kann ich mir hier ein anderes machen. Genau so. Damit kann ich nicht laufen. Es sei denn, ich setze mehr auf den Rücken. Dann geht das. Sieht dann so aus. So. Muss ich mir überlegen, wo ich den hinstelle. Vielleicht neben die Kupferbarren. Flux sollte auch rein. So. Und da kann ich jetzt Kupfer zu Sachen verarbeiten. Ich habe schon verstanden, dass das hier so mein Schmiedebereich werden soll. Hoffentlich. Wobei ich mir die Details noch ein bisschen überlegen muss. Ich habe auch noch nicht alles von drüben rüber geschafft. Ich habe jetzt hier die Kiste rausgeschafft, die vorher im Schmiedebereich stand, aber sonst noch nicht so. Na ja, da muss ich halt noch mit umgehen. Ich könnte mir dann auch noch mal Ställe einrichten, draußen irgendwo. Das wäre die nächste große Sache. Also. Nebenbronze. Nebenbronze wäre das die nächste große Sache. Dazu bräuchte ich Kessiterreit. Ich glaube, da hatte ich schon mal ein paar. Hatte ich schon? Nee, hatte ich nicht. Weißt du was, da schnell ich mal hier nebenhin. Naja, und die Nacht über. Ich hatte ja. Hier drüben. Küchenbereich. Das Küchenzeug muss ich natürlich auch rüsten. Das heißt, noch überschaffen. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen reingelegt. Hier kann ich dann Sachen malen. Das ist zwar dann, das hier ist zwar nicht für die Küche, was ich hier gerade male. Aber, ähm. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass einiges, was man, zumindest teilweise, was man malt, auch für die Küche relevant sein wird. Mehl zum Beispiel. Wenn ich noch keinen Sinn gefunden habe, wäre das der nächste Schritt. Zinn zu suchen. Naja, einer der nächsten Schritte zumindest. Das ist natürlich noch... Ich glaube, Grafit hatte ich noch nirgends gefunden, soweit ich weiß. Ne, das wäre natürlich auch schön. Aber alles so zu seiner Zeit. Zinn wäre erstmal das nächste Wichtigere. Nächst Wichtige. Ja, das... Da muss ich mich noch drum kümmern. Durch Ställe. Ohne Ställe kriege ich keine Milch und Proteine auch nicht so... nicht verlässlich. Ah, ich höre Skelette. Und Spinnen. Naja. Gut. Wie dem auch sei. Wir sehen uns am nächsten Morgen, würde ich sagen. Denn bevor ich mich losmache, werde ich mir noch ne Rüstung zusammenzimmern. Und das wird interessant. Das heißt... Hm. Ja, mal sehen. Ja. Ja. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020